Herzlich willkommen bei Autohaus Wiesmann. Sie sehen hier einen sofort lieferbaren New Ford C-Max Titanium mit der 1,6 Liter Maschine, 92 kW bzw. 125 PS, Schadstoffarm Euro 5. Die Komfortausstattung umfasst elektrische Fenster über vorne und hinten, eine automatische Klimaanlage, die Frontscheibe heizbar, Sitzheizung, ein Tempomat, elektrisch verstellbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel, Fußmatten und die Mittelkonsole Premium. Für ihre Sicherheit stehen ESP, AWS parat, 16 Zoll Leichtmetallfelgen, das Tagfahrlicht, eine elektrische Kindersicherung an den Türen, der Parkpilot hinten, ein platzsparendes Reifenreparaturset, Nebellampen vorne und der Regensensor. Zu ihrer Unterhaltung verfügt dieser New C-Max über ein CD-Radio von Sony mit Lenkradbedienung und externem USB-Anschluss. Über die Bluetooth-Freisprechanlage können Sie telefonieren, ohne Ihr Handy aus der Tasche nehmen zu müssen. Ebenso bietet dieses Fahrzeug auch die mobile Navigation mit SD-Karte. Besuchen Sie uns in Kirchheim-Oland, gerne auch Samstags bis 17.30 Uhr.